Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir zeigen, wie du die Quadratsumme-Funktion in Excel Online verwenden kannst. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Tutorials über Excel Online, PowerPoint Online, aber auch Word Online. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Mit der Quadratsumme-Funktion kannst du, wie die Funktion es ja schon im Namen trägt, die Quadratsumme berechnen. Das heißt, du kannst eine Summe von Quadraten berechnen. Und dafür habe ich hier auch eine kleine Tabelle vorbereitet. Denn wenn wir die Quadratsumme berechnen wollen, müssen wir quasi von einer Reihe von Zahlen zuallererst das Quadrat berechnen und danach die Summe von den Quadraten. Und wenn wir uns das jetzt hier einmal für die vier Zahlen anschauen, die ich hier aufgeschrieben habe, wäre das ja quasi die Zahl mit sich selbst multipliziert. Also das heißt in meinem Fall hier jetzt b3 mal b3. Und wenn ich das Ganze dann einmal hier nach unten ausfülle, sehen wir hier jeweils die Quadrate von diesen Zahlen auf der linken Seite. Und wenn ich davon jetzt die Summe ausrechnen möchte, kommt in diesem Fall heraus 84. Und jetzt muss ich ja quasi erst im ersten Schritt die Quadrate berechnen und dann im zweiten Schritt die Summe. Und die Quadratsummen-Funktion kürzt das quasi einmal ab. Die macht das schon komplett automatisch. Und wenn ihr die Funktion verwenden möchtet, tippt ihr einfach in eure Zelle ein, ist gleich Quadratsumme und gebt dann einfach dort den Zellbereich an. Ihr könnt nicht nur einen Zellbereich angeben oder auch eine Zelle. Das funktioniert natürlich auch. Ihr könnt auch mit Semikolon getrennt mehrere Zellbereiche angeben, von denen ihr die Quadratsumme berechnen möchtet. Ich mache das jetzt hier aber nur für den Bereich von den Zahlen 1, 3, 5 und 7. Und wenn ich dann dort Enter klicke, sehen wir auch, dass hier direkt die 84 ausgerechnet wird, was wir hier quasi ja rechts daneben per Hand sozusagen auch ausgerechnet haben, dass das dann eben erst quadriert wird und dann wird daraus die Summe berechnet. Und das Ganze funktioniert ziemlich gut. Und so könnt ihr dann einfach die Quadratsummen-Funktion verwenden und eben die Quadratsumme berechnen in Excel Online. Und das war es dann auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Tutorial online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao.